so ob sie will oder nicht die königin wird mit gewalt in das vorbereitete nest gezerrt eben hat sie versucht zu flüchten aber irgendwie waren die arbeiter so schnell bevor ich die königin fokussiert hatte war sie schon verschwunden also hier ist mächtig was los drin wo vorher so untätigkeit war mit der königin ich dachte schon dies tot naja also sie wurde herausgezerrt will sie es wieder flüchten ich weiß gar nicht man sieht was ist denn da unten überhaupt los das ist das verboten arbeiter ok